Das Skigebiet der Nebelhornbahn ist zu klein geworden, um die Masse an Skifahrern zu stemmen. Deswegen haben wir uns zu einer Erweiterung des Skigebiets durch eine Megabahn entschlossen. Diese kann die Skifahrer vom Nebelhorn bis in die österreichischen Alpen transportieren. Nur so können wir mit den ganzen großen Wintersportgebieten der Alpen mithalten. Doch die Baupläne wurden uns gestohlen. Gut, dass ihr es hierher geschafft habt. Dieses Büro der Konkurrenz ist unser einziger Hinweis zu den gestohlenen Bauplänen. Leider habt ihr den Alarm ausgelöst und die Tür wurde verriegelt. Ihr habt jetzt 60 Minuten Zeit, den Raum mit den Plänen zu verlassen. Mit diesem Hinweis kommt ihr vielleicht weiter.